Hallo Leute, der Sozi. Und ihr seht es, es ist das Eventfenster offen. Ihr seht, es gibt wieder mal Truhen zum Öffnen, wenn man 2000 Games verbraucht. Dann mein Lieblings-Event, Smash and Win, die Eier klopfen. Einmal Bingo Blast, einmal ein nettes Package, wenn man was kauft. Und einmal, wenn man Freunde einlädt mit einem Code, dann kriegt man eine Hero Blokard. Schatz und was weiß ich, was alles. Ich habe es jetzt einmal kurz aufgeladen, weil ich wieder mal Talente rollen werde. Und was das heißt, ist allen klar. Das heißt, der Sozi wird sich wieder ärgern, der Sozi wird wieder rumbrüllen, weil er einfach nie das kriegt, was er will. Und seitdem ich spiele, das ist jetzt knapp ein Jahr, habe ich genau ein einziges Mal 5 von 5 erquicken gekriegt. Und seitdem nie wieder. Und auch das habe ich erst vor kurzem gekriegt, als ich den Arias bekommen habe. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 12 Versuche für Eier schlagen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Frechgrinsenden. Und es gibt wieder ein bisschen Hohner. Auch ein Todesritter. Sehr fein. Den habe ich auch das erste Mal bei einem Event gekriegt. So. Dann nehme ich wieder den, der was ausgespuckt hat. Vielleicht spuckt er noch was aus. Okay, ich sage nichts dazu. Schön. Als ich ihn wirklich gebraucht habe, wo ich noch furchtbar viele Games verrollt habe für Helden. Na, da hat man nichts gekriegt. Aber dann, wenn man keiner mehr braucht, dann gibt es alles. Okay. Dann nehme ich ihn noch einmal. So, dann haben wir mal 6 verrollt. Das ist genau die Hälfte. Ach, so ein eiskaltes Getränk. Ein Gerstensaft, der tut schon gut. So, ein paar Gems. Dann haben wir noch 3 Versuche. Und ich sage, wir nehmen den Überraschten. Nee. Dann nochmal den Frechen. Nee. Nochmal den Frechen. Nee. So. Das war dann mal das Eierklopfen. Also das Smash and Win. Ich habe zwei Helden gekriegt. Zweimal den Gleichen. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Das heißt nur, ich habe noch immer keinen Warlock. Das heißt, die Werle dann rollen müssen. Aber schauen wir mal, wie viel Platz haben wir denn noch. Das heißt, es würden immer 3 gehen. Das war jetzt vom anderen Event. Also 8 mal die großen Essenzen. Die Essenzen sind natürlich immer gut. Habe ich jetzt überhaupt noch Platz? Nee. Machen wir auf. Ja, es ist tatsächlich mein Lieblings-Event. Das Smash to Win. Allerdings hätte ich doch gerne Warlock gehabt. Oder eigentlich hätte, will ich ihn noch immer gern haben. Sagen wir mal so. Aber leider. Gibt es ihn nicht. Und da muss ich jetzt wirklich immer rausnehmen aus der Box. Wieso? Auch klar. Ich habe schon mal viele, viele Sachen drin vergessen nach dem Event. Und die waren dann einfach weg. Das war es dann mal jetzt vom Smash to Win. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ich den Warlock rolle.